Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem wir uns anschauen wollen, was alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben. Eine Sache, die alle erfolgreichen Menschen tun. Bevor wir da reingehen, müssen wir erst einmal definieren, was denn Erfolg ist. Was ist ein erfolgreicher Mensch? Und wenn ich jetzt gleich im Folgenden von einem erfolgreichen Menschen spreche und davon, was erfolgreiche Menschen denn gemeinsam haben, dann meine ich mit einem erfolgreichen Menschen, einen Menschen, der so lebt, wie er leben will. Also ein Mensch, der sein Leben nach seinen Träumen lebt. Der nicht einmal das Leben hat, das er gerne führen würde, und dann das Leben, das er tatsächlich tagtäglich führt, also wo eine Diskrepanz herrscht, sondern ein Mensch, der im Einklang mit seinen Wünschen lebt. Also anders gesagt, wo Innen- und Außenwelt in Harmonie zueinander stehen, miteinander verschmolzen sind. Jemand, der das Leben führt, das er führen wollte. Das ist für mich ein erfolgreicher Mensch. Also wenn ich von einem erfolgreichen Menschen spreche, dann meine ich keine Summe XY, ab der man von einem erfolgreichen Menschen spricht oder sonst irgendeine Messlatte, sondern ich meine einen Menschen, der so lebt, wie er leben möchte. Also ich bringe auf diesem Kanal das Beispiel von der Fee, die nachts an dein Bett kommt. Stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett und dort stünde eine Fee an deinem Bett und die würde dir sagen, ich bin jetzt einmal hier, ich bin heute einmal hier, du kannst mir jetzt sagen, zu welchem Leben du morgen erwachen willst. Danach komme ich nie wieder, du hast die einmalige Chance. Das, was du der Fee dann sagen würdest, ist das Leben, welches du eigentlich führen möchtest. Und da kannst du jetzt für dich abgleichen, ob es das Leben ist, was du gerade führst oder ob dort eine Diskrepanz herrscht. Jemand, der sagt, ich würde der Fee überhaupt nichts sagen können, weil ich bereits das Leben führe, das ich führen möchte, dann würde ich sagen, das ist ein erfolgreicher Mensch. Und jetzt stellt sich die Frage, was haben denn all diese erfolgreichen Menschen gemeinsam? Was tun alle erfolgreichen Menschen? Und das ist lustigerweise auch schon der Kern des Manifestierens, also der Kern, um den sich dieser gesamte Kanal dreht. Denn das ist etwas, was jeder erfolgreiche Mensch tut, bewusst oder unbewusst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich ist es besser, wenn du es bewusst tust, weil dann kannst du es auch reproduzieren und hast keine Verlustängste. Aber im Kern ist das der Kern des Manifestierens und ist etwas, was jeder erfolgreiche Mensch tut. Und zwar ist es die Hingabe zu seinen Wünschen. Das heißt, wenn ein Wunsch aufkommt, gebe ich mich dem Wunsch hin. Hingabe. Mich in Leichtigkeit meinem Wunsch hingeben. Das ist etwas, was jeder erfolgreiche Mensch tut. Also erfolgreicher Mensch bedeutet für mich im Übrigen auch glücklicher Mensch. Denn wer sich seinen Wünschen hingibt, ist ein glücklicher Mensch. Das bedeutet im Umkehrschluss übrigens auch, dass die einzige Ursache für unglücklich sein, die ist, dass ich mich nicht meinen Verlangen hingebe. Also, dass ich in Diskrepanz zu meinen Wünschen lebe. Dass ich ein Leben führe auf der einen Seite und ein anderes Leben gerne führen würde. Also, dass ich der Fee immer etwas sagen würde, wenn sie an meinem Bett stünde. Dass ich nicht das Leben führe, was ich führen möchte. Dass ich nicht auf meine Verlangen höre. Dass ich meine Verlangen nicht als Geschenke sehe, als Geschenke betrachte, die zu mir an die Oberfläche geschickt werden. Von wem? Von Gott. Von meinem Bewusstsein. Warum? Weil mein Bewusstsein, weil Gott diese Wünsche durch mich, durch meine Person erfahren möchte. Wenn ich das nicht so sehe und dann in der Konsequenz meine Verlangen bekämpfe, meine Verlangen verdränge, dann ist die Konsequenz, dass ich ein unglücklicher Mensch bin. Und dann bin ich nicht erfolgreich. Was also alle erfolgreichen Menschen auf dieser Welt tun, jeder Mensch, der dir sagt oder der überzeugt sagen kann, dass er das Leben führt, was er gerne führen möchte, der, bewusst oder unbewusst, ist bewusst oder unbewusst ein Meister des Manifestierens. Und wie werde ich jetzt ein Meister des Manifestierens? Indem ich mich meinen Verlangen hingebe. In Leichtigkeit hingebe. Das tun viele Menschen ganz unbewusst. Oder einige Menschen tun es ganz unbewusst, weil sie einfach diese Grundhaltung haben, dass ihre Wünsche ihnen gehören, dass ihre Ziele ihnen gehören. Vielleicht kennst du auch in deinem Umfeld den einen oder anderen Menschen, von dem man sagt, dem gelingt einfach alles. Dem fällt immer alles zu. Dem fällt immer alles in den Schoß. Naja, der hat jetzt nicht irgendwie besonders viel Glück oder mehr Glück als du im Leben, sondern der hat einfach die richtige Einstellung. Der hat die Einstellung, dass seine Verlangen, seine Wünsche, seine Ziele Geschenke sind. Geschenke von Gott an ihn. Geschenke von seinem Bewusstsein an ihn. Dass es Erfahrungen sind, die durch ihn, durch seine Person gemacht werden wollen. Und diesem Menschen fällt dann scheinbar alles zu. Das ist ein erfolgreicher Mensch. Und wenn du meinen Kanal verfolgst und dementsprechend dieses Video gerade ansiehst, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du dies bewusst meistern möchtest. Dass du vielleicht nicht unbewusst diese Haltung hast oder hattest dein Leben lang, sondern dass du jetzt, naja, bewusst ein glücklicher Mensch, ein erfolgreicher Mensch werden möchtest. Und da setzen wir jetzt genau an. Wie schaffen wir das? Wie kommen wir dazu, dass wir uns in Leichtigkeit unseren Wünschen hingeben können? Es könnte also sein, dass ich krank bin und der Wunsch nach Gesundheit da ist. Es könnte sein, dass ich verschuldet bin und der Wunsch nach finanzieller Fülle da ist. Es könnte aber auch einfach sein, dass ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben machen soll und der Wunsch nach einer Passion da ist. Der Wunsch danach da ist, morgens aufzuwachen und sich zu freuen auf einen Tag, in dem man tut, was man liebt. Es können also ganz verschiedene Verlangen sein. Und jetzt ist die Frage, wie können wir uns in Leichtigkeit diesen Verlangen hingeben, wenn doch unsere Außenwelt etwas völlig Gegensätzliches spiegelt? Also wenn diese Diskrepanz einfach da ist, von der ich gerade gesprochen habe. Und da gibt es einen simplen, simplen Trick. Einen simplen Trick für jeden, der jetzt ganz bewusst ein erfolgreicher Mensch werden möchte, der das tun möchte, was alle erfolgreichen Menschen auf dieser Welt tun, nämlich sich den eigenen Verlangen und Wünschen hinzugeben. In Leichtigkeit, ohne Willensanstrengung. Hingabe ist das Schlüsselwort. Es geht um Hingabe. Und das schaffen wir, indem wir aufhören zu wollen. Indem wir aufhören, erreichen zu wollen. Das klingt jetzt erstmal sehr unlogisch, aber ich möchte das Ganze mal, oder ich möchte dir ein Parallelbeispiel bringen, nämlich, wenn du schon mal probiert hast, zu meditieren. Dann wirst du die Erfahrung gemacht haben, dass wenn du versuchst, die Stille zu erreichen, also ich setze mich jetzt hin und beobachte meinen Atem, damit ich endlich keine Gedanken mehr denke. Was passiert dann? Du wirst natürlich noch mehr Gedanken denken. Deine Gedanken werden noch lauter werden. Warum? Weil du versuchst, die Stille zu erreichen. Du rennst der Stille hinterher und schiebst sie damit vor dich her. So erreichst du niemals die Stille. Wenn ich jetzt aber sage, naja, ich setze mich jetzt einfach mal hin und beobachte einfach mal meinen Atem, einfach weil es interessant ist. Sehr interessant, einfach mal meinen Atem zu beobachten. Ohne irgendeine Absicht, ohne irgendein Ziel, ohne eine Erwartungshaltung. Ironischerweise bin ich oder finde ich mich dann sehr schnell in der Stille wieder, nämlich genau die Stille, die ich vorher so krampfhaft zu erreichen versucht habe. Und genau so funktioniert Manifestieren. Genau so funktioniert es beim Imaginieren deines erfüllten Wunsches. Wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ich stelle mir jetzt vor, dass ich gesund bin, damit ich verdammt nochmal gesund werde, damit endlich diese Diskrepanz von Innen- und Außenwelt aufgelöst wird und ich endlich das Leben führe, was ich führen möchte. Dann bist du genau in dieser krampfhaften Haltung drin und dann passiert Folgendes, du schiebst die Wunscherfüllung, also in dem Fall die Gesundheit, die ganze Zeit vor dich her. Du läufst ihr hinterher. Wenn du dich jetzt aber mal hinsetzt und sagst, die zehn Minuten, die nehme ich mir jetzt einfach, ohne dass ich irgendeine Absicht habe. Nein, ich bin gerade nicht gesund, denn mein Körper tut weh. Ich kann auch nicht glauben, dass ich gesund bin, denn der Arzt hat gesagt, das wird nichts. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass ich jemals gesund sein werde und ich kann es einfach nicht glauben. Mein Verstand sagt, das geht nicht. Aber einfach, um jetzt mal zehn schöne Minuten zu haben, setze ich mich hin und stelle mir etwas vor, das nur passieren würde, wenn ich gesund wäre. Zum Beispiel, wie sich ein guter Freund für mich freut und mich fragt, ob wir denn am Wochenende mal wieder wandern gehen wollen, weil es etwas ist, was wir damals getan haben, als ich noch gesund war. Ich stelle mir das jetzt einfach vor, weil es jetzt gerade Spaß macht. Einfach, weil ich jetzt zehn schöne Minuten haben möchte, weil ich eine Auszeit haben möchte von meinem Umstand, dass ich krank bin. Was passiert, wenn ich jetzt mit dieser erwartungslosen Haltung da reingehe? Ich bin augenblicklich in der Wunscherfüllung. Ich bin augenblicklich im erfüllten Wunsch, in dem Fall im Zustand der Gesundheit. Das ist Hingabe. Das eine ist, ich will erreichen, was bedeutet Willensanstrengungen, ein Kraftakt und in dem Fall dann bedeutet, dass ich einfach nur weiter bekräftige, dass ich es nicht bin. Das andere ist pure Hingabe. Das ist etwas, was unbewusst einige Menschen tun. Die Menschen, von denen du sagst, denen fällt immer alles zu im Leben, die geben sich ganz unbewusst einfach ihrem Verlangen hin. Und das ist etwas, was wir hier ganz bewusst tun können, uns unserem Verlangen hingeben, indem wir unseren Verstand links liegen lassen, indem wir nicht versuchen, unseren Verstand zu überzeugen, ich muss jetzt glauben, dass ich gesund bin, ich muss jetzt glauben, dass ich gesund bin, sondern indem wir sagen, du, Verstand, du hast sowieso nichts zu melden. Ja, du hast recht, Verstand. Ich fühle mich gerade nicht gesund. Ja, du hast recht, Verstand. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals gesund sein werde. Aber ich räume mir jetzt das Recht ein, mir zehn schöne Minuten zu geben, mir zehn schöne Minuten zu schenken, eine Auszeit von meinem Kranksein, eine Auszeit von meinem Verschuldetsein, eine Auszeit davon, dass ich nicht weiß, wohin mit meinem Leben und dass ich mich langweile in meiner Existenz. Und stelle mir jetzt einfach etwas vor, das impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist, einfach weil es hier und jetzt Freude macht, selbst wenn es überhaupt nichts verändert, selbst wenn Vorstellungen nicht die Realität erschafft. Ich tue es jetzt der Freude, des Genusses im Hier und Jetzt wegen. Und boom, schon bin ich in der Wunscherfüllung. Ich bin augenblicklich in der Wunscherfüllung und im Genuss der Wunscherfüllung. Und das ist Hingabe. Wenn du die Vorstellung genießt, dann weißt du, dass du der Hingabe bist. Dann gibst du dich dem Verlangen hin. Und das ist etwas, was auch du kennst, auch wenn du vielleicht nicht zu denen gehörst, die unbewusst immer die Haltung haben, dass ihre Wünsche ihnen gehören. Aber du kennst es von den nicht wünschenswerten Dingen in deinem Leben. Also Dinge, die du gar nicht wolltest, die du darüber bekommen hast. Diesen Dingen hast du dich hingegeben. Nicht, weil du es wolltest, aber weil du keinen Widerstand geleistet hast. Und das ist auch der Grund im Übrigen, warum viele sagen, naja, Wünsche, die mir nicht so wichtig sind, die fallen mir viel leichter zu manifestieren, als die, die mir besonders wichtig sind. Der einzige Grund dafür ist Hingabe, beziehungsweise mangelnde Hingabe. Bei Wünschen, die dir nicht so wichtig sind, gibst du dich hin. Du gibst dich augenblicklich der Wunscherfüllung hin. Oder wenn du dir etwas für einen anderen vorstellst, funktioniert das auch wunderbar. Warum? Weil du dich hingibst, weil du keinen Widerstand leistest. Du kannst also heute ein erfolgreicher Mensch werden. Du kannst heute ein glücklicher Mensch werden. Du kannst heute das tun, was jeder erfolgreiche Mensch auf dieser Welt tut. Bewusst oder unbewusst. Nur, dass du es bewusst tust, was um einiges kraftvoller ist, weil du dann weißt, was du getan hast, weil du weißt, wie du zum Erfolg gekommen bist und ihn so immer und immer wieder reproduzieren kannst. Du sitzt also am Hebel. Du hast die Ursache erkannt. Du hast entdeckt, wer du bist. Du bist Gott. Du bist der Schöpfer allen Seins. Und damit kannst du heute beginnen, indem du deine Erwartungshaltung aufgibst. Gib einfach mal deine Erwartungshaltung auf. Wenn du dich zehn Minuten heute hinsetzt und dir etwas vorstellst, das nur passieren würde, wenn dein Wunsch erfüllt ist, was hast du denn zu verlieren? Im schlimmsten Fall hast du zehn Minuten deines Lebens verloren. Wenn du heute Abend einen Film guckst, der geht wahrscheinlich 90 Minuten, hast du da morgen was von? Wahrscheinlich nicht. Wenn du dich heute Abend mit Freunden triffst, hast du da morgen was von? Wahrscheinlich nicht. Du hattest einfach heute einen netten Abend. Betrachte deine Vorstellung doch mal so. Einfach ein netter Abend oder nur nette zehn Minuten. Mehr sind es nicht. Nette zehn Minuten, die du dir machst. Ist doch etwas Schönes, selbst wenn es nichts bringt, selbst wenn es keine Auswirkungen hat. So wie der schöne Abend mit Freunden keine Auswirkungen hat. So wie ein guter Film keine Auswirkungen hat. Es ist einfach Freude im Hier und Jetzt. Also wir tun es doch so oft im Leben, dass wir Dinge tun, nur weil sie im Hier und Jetzt Spaß machen. Also behandle doch deine Vorstellung einfach mal so. Und was dann passiert ist, dass du in einer gegenwärtigen Erfahrung bist, in der Erfahrung im Hier und Jetzt, dass dein Wunsch erfüllt ist. Ich bin ist Gottes ewiger Name. Nicht ich werde sein oder ich werde hoffentlich sein. Ich bin. Wenn du also deine Erwartungshaltung aufgibst und dir etwas vorstellst, weil es im Hier und Jetzt Freude macht, dann bist du in der Erfahrung von ich bin das, was ich vorher sein wollte. Und dann wirst du genau das ausdrücken. Dann hast du diese Diskrepanz aufgelöst. Dann würdest du der Fee, wenn sie denn an dein Bett kommen würde, nichts mehr sagen können. Du würdest dir keinen Wunsch mehr äußern können. Du würdest nichts mehr verändern wollen würden. Warum? Naja, weil du das Leben führst, das du vorher führen wolltest. Weil jeder Wunsch, der jetzt aufkommt, augenblicklich von dir angenommen wird, weil du weißt, dass es ein Geschenk ist, weil du weißt, dass der Wunsch nicht da ist, um dich zu quälen, sondern um von dir und durch dich, durch deine Person erfahren zu werden. Und nur, dass du dich dagegen wehrst, ist der Grund für unglücklich sein, ist der Grund für Unzufriedenheit. Also höre heute auf deine Verlangen. Gebe dich deinen Verlangen hin. Nicht als Willensakt, nicht als Kraftakt, sondern in der Hingabe, in der Leichtigkeit. Einfach indem du dir sagst, selbst wenn es zu nichts führt, wenn ich morgen das gleiche Leben habe, so wie ich das gleiche Leben habe, wenn ich heute einen tollen Film gucke, so wie ich das gleiche Leben morgen habe, wenn ich heute einen schönen Abend mit Freunden habe. Aber im Hier und Jetzt habe ich eine wundervolle Erfahrung. Und das ist etwas, was du dann mit allen erfolgreichen Menschen auf der Welt gemein hast, teilst. Das zum heutigen Video. Danke fürs Zusehen. Fragen und Anregungen dazu, wie immer gerne unter das Video. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.